Musik So, jetzt räumen wir hier wieder auf Ja, wie der eine oder andere halt weiß Dafür goden wir keine Munition Da können wir dann einfach drauf halten Ich habe auch leider keine Granaten Schade eigentlich Boah, was ist das für ein Wichs jetzt? Super Müssen wir eigentlich nur noch einen haben, ne? Ja, genau Der Typ soll nicht vorlaufen Wir sollen nämlich Wollten nämlich hier noch die Munition und so alles mitnehmen Die komikerweise Verschwunden ist Ja, ja, ja Bleib mal locker, ne? So, so, so Jetzt mal hier alles einkassieren So So muss das sein Eine Granate haben wir auch noch bekommen Perfekt Ach, dann gehen wir doch mal Das Treppchen hoch Ja Please wait Jo, ja Aber der Kollege ist ja so schnell Komm mal Tür rup So, Entdeckung gehen Boah, da kriege ich doch zu viel, ne? Wir werfen einfach mal die Granate Ey, der will mich verarschen, ne? Der Typ So, haben wir den direkt mal Gemessert Und jetzt seid ihr alle dran, Jungs Ja Gut Haben wir hier mal ein bisschen aufgeräumt, würde ich sagen, wa? Wo ist der Typ? Ja, der ist oben Den holen wir uns Hallo, hallo, hallo Drecksack Dann laufen wir mal schnell da hoch, wa? Damit wir hier auch später irgendwie Rauskommen Ja Komisch, komisch Ich riskiere es einfach mal Und laufe hier einfach mal rum Und messer die Leute Und messer die Leute weiter Und erschieße die Leute auch mal Ab und zu Damit das hier nicht so langweilig wird Wow, wo kommst du denn her? Hast du schön versteckt da, ne? Du kleiner Drecksack Egal Oha Da würde ich mal sagen Da hat sie gesessen, war das Ding So Du, 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 du Schnell raus hier Das sieht hier so Ah, gut Wollte schon sagen Das sieht hier so So verlassen aus Wo müssen wir lang? Ich gehe mal davon aus Hier durch, ne? Ich gehe mal davon aus So So, jetzt haben wir auch endlich Unsere Ausrüstung wieder Ah, ist das schön Wir müssen nämlich jetzt zu dem Hubschrauber kommen Erstmal müssen wir jetzt wieder runterrennen Und uns den Weg hier wieder durchsparen Ah, natürlich helfe ich dir Hoch mit dir und überlebe So So Wo waren sie denn? Wir gehen direkt in die Mitte So Ich mache dann mal Das Gute hier Oha Granate Bin noch bei euch So So Der nächste bitte Komm Das dürfte es doch fast gewesen sein Aber auch noch fast So So Der nächste bitte Ich glaube Jetzt bin ich mir nicht sicher Müssen wir hier runter? Ich glaube ja, ne? Wo ist der Typ denn? Haben wir den weggeknallt mit der Granate Werfen wir hier noch ne Granate hin Und ne Granate werfen wir da rüber Ich glaube, die hätten wir uns sparen können Der Typ war nämlich schon Längs platt Naja, was soll's Zack Wir werfen da mal ne Granate hin Und die haben wir direkt auch weggeknallt Das ist schon mal sehr gut Och Wir haben ein bisschen Spaß gerade Ich hab leider keine Granaten mehr Aber Das ist ja relativ Denk ich mal, ne? Komm Kollege Mach die Türe auf Ja, ich spiele Ich töte die Ganz leicht So Da weiß ich Da kommt doch gleich noch was Und der rennt schon wieder vor Genau Das können wir doch umwerfen, oder? Das ist der natürlich runtergefallen Ha, ha, ha Jetzt müssen wir den nämlich Beschützen Müssen wir mal gucken Dass wir das schaffen Dürfte, sollte aber eigentlich gar kein Problem sein So, fallen wir den mal in den Rücken Das kann ich nämlich am besten So, den haben wir auch schon mal Wer schießt denn da noch auf? Ah, da oben Ah, da oben da sind welche Okay So, Nummer 1 Da war auch noch einer Und den haben wir auch weggeknallt Ist hier noch einer? Oh ja, da ist ja tatsächlich noch einer Und direkt den nächsten Auch noch weggeknallt Komm Perfekt, sehr nett von dir Halt, halt, halt Ich muss jetzt erstmal wieder Munition einsammeln Nimm Weil vielleicht Ist die eine oder andere Granate dabei Jetzt haben wir schon drei Das ist schon mal sehr gut Gehen wir doch einfach mal hier Mach die Türe auf Du darfst das machen Hoch mit dir Die darfst du auch aufmachen So, wir müssen hier jetzt aufräumen Wie immer eigentlich Also da ändert sich ja eigentlich Bei dem Spiel ja nicht wirklich viel So, haben wir die weggeknallt Das ist schon mal sehr gut Auf der Treppe Geh geblieben, Junge Jawohl, Chef Wir laufen Kümmern uns herum So Dann räumen wir nämlich jetzt hier mal auf Haben wir das Jetzt zwar ein bisschen Ähm Unnötig benutzt Aber bevor wir uns halt Mit dem da rumschlagen Machen wir das einfach mal Und boosten dem Die Lichter aus Genau Mach die Türe auf Ah, das ist so was wieder Okay, alles klar Einfach drauf halten Und töten, töten, töten Töten Haben wir auch noch weggeknallt Waren wir gut oder waren wir gut? Ja, wir waren gut, ne Ich geh natürlich Anni Ich geh natürlich Nach oben Genau Hoch mit mir Danke Macht, glaube ich Die leichte Arbeit Ja, jetzt halten wir einfach mal drauf Ach, scheiße Die überhitzt ja Scheiße Shit Ah shit Da müssen wir uns ja was einfallen lassen Mal echt aufpassen Sind die denn? Boah, der ist aber echt zäh Der Typ Okay Ich glaube Der mit dem Okay Da haben wir wieder einen Da Okay Hab ihn gesehen Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin Aber ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren Nicht, dass das jetzt hier schwer wäre Um Gottes Willen Aber wir wollen ja Wir wollen ja, dass er durchkommt, ne Na, komm Krieg ich auch noch Oh Mann Oh Hat er schon Hat er schon Super Lauf Muss ich irgendwas machen? Weiß ich gar nicht, ne Na, kommt schon Ah, da sind Da sind ja andere Ah, okay Ja, ich würde ja gerne was machen Aber irgendwie Also ich glaube, ich gehe davon aus Das Spiel hat sich verabschiedet Weil ich komme hier nicht weiter Weil ich komme hier nicht weiter Das ist sehr ärgerlich Oh ne, ne Hätte ich da hinten irgendwas kaputt schießen müssen, wa Weil der kommt wohl da jetzt nicht weiter Ey, das ist da jetzt ein Witz, oder Du kannst Auch leider nicht wechseln Oh, wie war das denn nochmal Ui, 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 ui Nicht gut, nicht gut, nicht gut Ähm, ja Ich glaube, ich werde mal den Checkpoint laden, wa Ich glaube, ich werde mal den